so ein wunderschönen guten morgen es ist mittwoch der 22 juni 2022 mein name ist kardus martin sie hören uns live aus den trailers trading und wir bereiten uns auf unserem morgendlichen dax trade vor und wir nehmen die box bei 13.100 und so das heißt wir sind bei 13.076 wir sehen wir haben eine kurslücke die etwas größer ist dort oben also ein gap und wir blicken wir jeden morgen einmal auf den gestrigen tag und die spielregeln für diese blauen boxen wir ändern uns alles was unter 30 ist werden wir traden alles was unter 20 ist gehen wir sogar mit größeren risiko rein so und das war dann gestern hier eine 17,5 box die ist selten aber wenn sie kommt dann ist das wirklich ein ja eine sehr sehr hohe trefferquote generell in diesem box trading wo es ja keine rolle spielt ob wir im ersten oder zweiten trading gewinn laufen aber wir sehen hier der ausbruch direkt unten gelaufen wir sehen den die 21er auch direkt hier unten runter gelaufen und der 15er in den abendstunden ja ist im zweiten in den gewinn gelaufen so sieht es aus also da halten wir heute auch ausschau und wir blicken einmal auf die vola boxen wo kommen die vola boxen rein das interessiert viele clubmitglieder eventuell auch für ein hedge auflösung straight 13.070 das heißt wir sind direkt auf dem niveau wo wir jetzt hier eine vola box eventuell reinkommen könnte um 9 uhr so dass hierzu wir sollten hier noch mal die swiss box einfügen so ich muss einmal ganz kurz ran gehen so ich muss einmal ganz kurz ran gehen so ich muss einmal ganz kurz ran gehen r Ajax r r r ja bei mir so wir müssen einmal die swissbox noch reinfügen und das video tagebuch es ist 8 52 wir sind short im ersten trade short im ersten trade 8 uhr 2 und 50 so wir stehen kurz vorm gewinn ziel 13.084 es ist 8 uhr 56 und wir sind raus das war für unser video tagebuch der eröffnungs trade ist im ersten ende gewinn gelaufen ich verabschiede mich jetzt für und von unserem video tagebuch wir machen jetzt im live trading raum weiter die big number wird jetzt noch mal getradet ein zweites mal und wir hören uns dann morgen wieder nach dem train ist vor dem train ihr wisst bin ich sehr kaffee durstig aber ich habe einen auftrag der regisseur sagt ich darf nicht kaffee holen bevor ich nicht euch motiviert habe unseren kanal zu abonnieren